Dr. Alderwood, Sie haben einen Patienten namens Dylan Forrester. Einer meiner aufschlussreichsten, vielversprechendsten Patienten. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesprochen? Hat er was verbrochen? Wenn Sie ihn versucht, Malt meinen, dann ja. Ein Fortschritt. Gibt es etwas, das Sie mir erzählen wollen? Nein. Sie sind nicht mehr der, der Sie mal waren. Dies jüngerer Bruder, Professor Sean Forrester. Er ist tot. Die Beerdigung ist morgen. Du hast Nerven, hierher zu kommen. Keine Bewegung. Sicher, dass es der Typ ist? Ein halbes Bataillon für einen Mann? Ich erschieße Sie! Und ich euch beide. Wir müssen unbedingt in das Gebäude rein. Was verschweigt ihr mir? Du weißt ja, wie das läuft. Sean hat dir bestimmt erzählt, was hier auf der Insel ist. Auf sie wird geschossen? Oh, ja, ja. Tun Sie, was immer nötig ist und retten Sie Ihren Arsch! Uuuuh! Hast du wirklich schon mal jemanden umgebracht, Onkel D? Das waren sehr böse Menschen. Abonami. Oh, ja. Und das war's nicht. Vielen Dank.